Und wir sind auf der Coral Twin Farm im Tal der Qual. Da waren wir heute noch nicht. Ne, ne? Hi Schatz, ich komm mit dir. Hi. Ich hau ab. Aber nicht wegen dir. Ich dackel hier wie so ne Ente rum. Hätte es mir auch vorsagen können. Vorher ging ich besser in die Richtung. Ich hab so'n Gefühl, dass es irgendwas Unsichtbares ist. Da vorne waren Toten. Auf jeden Fall was mit Ruin und so'n Zeug wahrscheinlich wieder. Ja, bestimmt. Ah, ne, der Doktor. Ach, ne. Ach, dieses Kackbratzen-Ding, ey. Bis jetzt in die andere Richtung? Ne. Ich bin da wo die gerade gescannt werden. Ok, warum gehst du da extra hin? Den einen, den einen haben sie schon, hat er schon irgendwie getroffen. Oh shit! Kein Ruin. Achso, du hast, äh, explodieren lassen. Mhm. Ich dachte er hat dich getroffen. Ne, ne, ne. Er ist irgendwie hinter dem anderen gerade hier. Ich verschmelze mit dem Baum vor mir. Ich dachte, du verschmelzt mit dem Generator. Ne, der hat ne andere Farbe. Was ist denn der? Ach, da hinten. Oh, der ist in deine Richtung. Der ist in meine Richtung. Oh fuck, er hat mich gesehen, ja. Leck mich am Arsch. Ich versuch zum Generator zu gehen. Sag, wenn er von dir ablässt. Hey. Ahem. Ach, Mann ey. Ok. 2 Drittel Ich hab den Perk nicht drin, Mann! Ich muss endlich den scheiß Perk von der Claudette bekommen Fuck! Warum lenkt ihr noch ein bisschen ab, Junge? Ja, ich mach das die ganze Zeit! Ne, der andere ist aber doch verletzt! Meiner ist durch! Ah! Wo ist der hin? Wo ist der hin? Junge, wo bist du hin? Ich wollte dich heilen! Ach, da unten so! Ja, ich bin am Arsch hier! Achso, du warst... Ne, du warst es doch nicht mit dem Alten! Du warst doch der Esch! Oh, rennt da jetzt einer hinten am Generator mit dem rum, oder was? Ich renne die ganze Zeit mit dem rum! Und bin gleich im Arsch! Jetzt hab ich keine Paletten mehr gleich! Ich... Ich... Ja, weil ich will die ganze Zeit zu dem Generator hin! Die ganze Zeit wird hier was ausgelöst! Wo ist denn jetzt der Generator? Hä? Ah, hier! Scheiße! Jetzt hat er mich auch gehittet! Das ist so... Boah, ich werd den auch nicht los, ne! Ich glaub, er ist jetzt bei mir... Ah ja! Du, Puts sind zu mir! Ich hab schon gesehen! Jetzt hat er mich! Ja, ja! Ich bin direkt vor dir! Da, wo der Heuballen ist! Ich war ja hier im Generator! Also... Aber dann hatte ich vollen Ausschlag! Ich hänge! Ich geh nicht rechts! Er rennt weg von mir in... Wo rennt er hin? Zu dem einen, der da hockt! Zum Generator! Er macht den! Er hat den nicht gesehen, aber wo der ist, ne! Er... Er kämmt hier, der Sack, wa? Oh, ist nicht dein Ernst! Ja doch, der kämmt hier! Der rennt hier rum! Ist der weiter weg? Jetzt ist er weiter weg! Ist dieser etwas weg? Oh, Schatz, ich rette dich! Danke! Ach nee, ey! Jetzt schon wieder hier, ey! Das gibt's doch alles nicht! Wir sind ja mehr... Öhhh... Ooooouhh... ... uses mic. Oooooohhh... Nix, 59. Und jetzt bitte auch nicht... gelenkt... Oh, verdammt! Oh scheiße, hat er mich jetzt gesehen? Wieso ist der schon wieder bei mir hier? Na, der war gerade im Haus irgendwo. Oh, leck mich, ey! Super, ey! Muss ich rüberkommen, dich runterholen? Ja, sieht so aus, ne? Bringt der dich hin? Wo läuft der hin? Zu dem anderen in Richtung Generator, oder was die da machen. Oder HEIL, der eine heilt den anderen, oder was? Ja, da in der Ecke, ist er an diesem Silo-Ding. Aber ich komme ja hier aus der Ecke nicht weg. Ich müsste mal ganz weg. Irgendwie bin ich immer an der Stelle, wo die anderen auch sind, irgendwie. Ja, jetzt hat er mich schon wieder am... Ja, er hat schon wieder den... ...diesen Dings auf mich. Ja gut, das macht er aber glaube ich nicht. Das geht automatisch, meine ich. Die sollen nochmal Generatoren machen. Die sind auf der anderen Seite, das ist das Problem. Jetzt habe ich verkackt beim Heilen auch noch. Hier ist noch einer. Ich will nicht wieder zu dem einen hinlaufen. Ich befürchte allerdings nicht, wo der bitte ist. Mann! Ah, hier verkackt gerade einer. Ja. So will sie, ich sehe auch nicht, wo die sind. Okay, jetzt habe ich gesehen, wo er den zumindest ist. Er jagt den hier, weil er den Generator verkackt hat. Ja. Ja, mach auf, Mann. Ey, leck mich doch, ey. Ach du bist das. Ich mache auch keinen Generator mehr, ey. Was mache ich denn hier heute, ey? Der hat irgendeinen Scheiß drin, dass er diese... Weil ich habe auch nur einen kleinen Fähigkeitscheck. Irgendwas hat der da drin, ey. Ja, so wie eben. Du kannst zwei, drei Generatoren machen und dann auf einmal ist das klein, ja? Ja. 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 Ne, ich habe einen normalen. Bei mir ist nichts normal gerade. Wahrscheinlich, weil ich den Fluch habe. Ich habe auch den Fluch von ihm. Ja, das kann sein. Hast du mich jetzt erschreckt? Mann! Oh! Der ist hinten aber noch einen am Jagen, glaube ich. Naja. Wenn er noch dahinter ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß aber nicht, wo die Jungen sind. Ja doch, sie sind immer noch dahinten. Das Problem ist, die sind alle hier. Links kann sein, dass da noch einer ist. Aber hier geradeaus von uns sind noch zwei, die noch nicht gemacht sind. Mal gucken, ob da jetzt noch einer ist. Ach, da kommt noch einer. Der läuft noch hier. Boah, er ist in dem Ding drin. Was für ein Ding. In der Mitte das, oder was? Mhm. Da gehe ich gerade hin? Der Typ geht da rein, oder wie? Der Typ geht jetzt wieder nach rechts? Ja, in der Mitte ist ein Generator. Ach, aber... In dem Silo? Nee, in diesem Holzverstag. Oh! Aber er ist bei dir, oder was? Ja. Der Typ rennt jetzt auch zur anderen Seite. Ich guck mal, ich renn mal mit dem mit. Aber ich glaub... Ah, jetzt kommst du auch raus? Ja, weil der hier reinkam. Ja, auf dieser Seite gibt es aber nichts mehr. Wir müssen, wenn, dann komplett zur anderen Seite. Warte, da sind noch zwei. Ja, aber wie gesagt, hier ist auch einer. Wow. Ja, da drinnen, meinst du? Mhm. Na, er kommt mit rein. Oh, da hinten läuft er aber. Außen. Ich gehe mal zu dem anderen. Macht ihr mal den zu zweit in der Mitte? Scheiße. Fuck. Oder auch nicht. Was ist denn der Furchte? Den sehe ich nicht. Der Furchte liegt, glaube ich, gerade. Scheiße, genau da, wo ich hin will. Ich lege mich mal bei dem auf die Lower. Guck mal, ob du den holen kannst, weil ich bin im Fokus jetzt gleich von dem. Ich wahrscheinlich auch. Wenn er Barbecue dabei hat, bin ich auch im Fokus. Weil ich bin direkt hier. Ich hole ihn. Okay. Ah, ist hier. Fuck. Ah, nee, nee, das ist der andere Typ. Entschuldigung. Hey, es ist auch keine Kiste mehr da, ne? Ich brauche irgendwas... Er hat einen Köder geschluckt, der ist hinter mir, ja. Oh, aber er ist viel schneller als ich. Nein, und er ist der andere Typ. Scheiße. Fuck, aber er ist hinter mir weiterhin, ja. Okay. Oh, ja, jetzt fände ich natürlich... Ah, fuck. Die ganze Zeit zum Generator. Ich sehe hier überhaupt nichts. Ich weiß nicht, wo ich bin. Das war jetzt... Ich habe gedacht, ich bin vom Generator weggelaufen. Scheiße. Ja, und ich hänge jetzt natürlich auch noch beim Generator. Der geht zu zwei, die sich heilen. Ja, ich komme da hin. Ich bin in deiner Nähe. Ich bin in deiner Nähe. Ah, nee, die kommen jetzt zu dir zurück. Jetzt schaffst du es nicht mehr. Wie, die kommen zu mir jetzt so? Ah, nee, der Typ ist hinter den Typen her. Ja, eben hättest du mich abhängen können, wo der noch abgelenkt war, aber der führt den Killer jetzt zu dir. Ja, ist aber noch fixiert auf ihn. Der ist dann auch noch so clever und läuft die ganze Zeit um mich herum, weißt du? Ich meine, ihn hatte ich jetzt eben nicht gesehen, aber ich laufe doch nicht die ganze Zeit wieder dahin, wo der Haken ist. Oh, geil. Jetzt bin ich in dir gebackt und hinter dir gebackt gerade. Das war jetzt richtig toll. Ah, er ist auch hinter mir her. Ja, er ist hinter mir her. Ich laufe dahin, wo nicht so viele Generatoren sind. Geh zum Generator. Scheiße. Die ist so lahmarschig, die Scheiß, Meck. Das ist so lahmarschig, ne? Das ist so lahmarschig, ne? Ach, so eine Kacke, Mann. Ich bin voll in die falsche Richtung gelaufen. Also die Karte kenne ich definitiv nicht. Der ist so schnell. Der hat irgendwas drin. Was macht der denn hier, Mann? Der rennt direkt zu euch dreien. Scheiße, ey. Ich kenne das nur vom Silo, dass du auf die andere Seite kommst. Das ist doch so assi, ey. Wieso hat er mich und ich laufe noch vor der Wand, ey? Ja, komm, ey. Leck mich doch, ey. Ja, nehm ihn mit zu mir. Warum geht das nicht? Meiner scheint im Generator zu sein. Ich weiß nicht, ob der Typ ihn jetzt mitbringt oder ob er nur heilt. Ne. Warum hat der ihn jetzt nicht geblüht? Der ist da. Geh weg, geh weg, geh weg. Der blöd, Mann. Ach, ist das ein Arsch. Ey, dieser eine alte Sack da, ey. Ne, der ist aber von der anderen Seite gekommen. Wie gesagt, er hat die nicht mitgebracht. Ja, jetzt ist er disconnected, der Penner. Hä? Hat er ihn gehabt oder was? Ausgang ist offen, scheiße. Adrenalin. Ja, das habe ich jetzt nicht mehr dabei. Ich aber. Aber es nützt mir nichts. Weil er steht jetzt genau bei mir vom Ausgang hier. Wo bist du denn? Da, wo ich eben war? Oder auf der anderen Seite? Ach, da ist der andere Typ auch. Mann, ey. Pass auf, wo du bist. Pass auf, wo du bist. Das ist geil. Ah, er kommt von meiner Seite. Leck mich doch einfach am Arsch. Er kommt genau richtig. Ich weiß, wo ihr seid. Mann, ey. Ja, er kommt genau richtig gelaufen. Er ist so assi, ey. Ich probiere mal einfach hier rumzulaufen. Keine Ahnung, wo ihr seid. Ah, ich höre schon Musik irgendwie so. Hier scheint kein Ausgang zu sein. Die sind relativ nah beieinander, kann das sein. Wahrscheinlich bin ich genau da gestartet, wo der Ausgang jetzt war. Wette ich fast mit dir. Ich bin jetzt an einem roten... Oh, scheiße. Hier vorne wird einer. Ja, einer ist draußen. Keine Ahnung. Und hier vorne... Wie, der ist draußen? Ja, einer ist rausgelaufen. Ich weiß nicht, wo die Tür ist. Keine Ahnung. Ach, ich glaube, Alter. Wenn du den Ausgang findest, geh raus. Ja, aber ich bin an dem anderen, der nicht offen ist. Der ist zu. Ja, genau. Der kommt da wieder hin, ey. Hä? Ich hab hier einen Ausgang, aber... Scheiße, der ist hier. Der ist gerade hier im Ausgang. Ich glaub, das ist der offene Ausgang hier. Dann geh raus, geh raus. Egal, geh raus. Ich bin an dem anderen. Der ist fast offen. Ich steh hier davor. Vielleicht kommt da nochmal... Geh raus! Er ist bei mir. Ich bin hier, ich kann raus, ja? Also, wenn du raus kannst, geh raus. Geh! Geh du! Ne, so denkt der noch, dass ich vielleicht in deiner Nähe bin. Geh raus! Geh! 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 Ja, scheiße, dumm gelaufen, dass der eine Typ rausgegangen ist, war? Hehehe! Ich hab mal gedacht, wenn irgendwas ist, dann... Ey, ich hab 38.000 Blutpunkte, krieg ich vorhin noch nicht so viel. Da komm ich nie dran. Der eine hat vier, also... Oh, mit Bonus 24,5. Das ist krass. Das ist krass. Vielen Dank.